Jetzt kommt der Spannende. Hier sind jetzt alle Gewinner drin, sozusagen. Wir ziehen zuerst den ersten Preis. Wer möchte das tun? Du möchtest den ersten Preis ziehen, Meringa? Dann nimm mal eins raus. Eins nur. Gib mir mal eins. Gut, Dankeschön. Moment, warte, wir müssen erst gucken. Den ersten Preis gewonnen hat der Dieter Hollweg. Schreiben wir das mal auf. Der darf sich einer von den Kursen Traumhundgenerator, Traumhundchallenge ein Jahr lang und oder langieren auswählen. Das gleiche haben wir nochmal, noch zweimal. Platz 2 und 3 ist identisch. Wer darf jetzt? Leo, möchtest du mal eins rausholen? Nimm mal eins. Bring mir mal eins. Bring mir mal eins. Dankeschön. Ja gut, Meringa hat wieder Glücksregel gespielt. Moment. Das ist die Martina Böttja. Herzlichen Glückwunsch. So, wir haben noch einmal einen von diesen tollen Kursen, die alle über 100 Euro kosten. Vielleicht darf Muffin jetzt mal ziehen. Muffin, möchtest du auch mal eins ziehen? Muffin? Eins bitte. Gibt es mir eins? Dankeschön. Ja, jetzt ist es zu spät. Lass es jetzt, müssen wir mal warten. Lass mal das gucken. Das ist die Nicoline Schulz. So, der vierte Platz ist ein Rabattcode-Gutschein für einen der Online-Kurse. Ihr könnt euch das auswählen, wo ihr den Gutscheincode haben wollt. Ihr könnt auch noch ein bisschen warten und den im Laufe des Jahres einlösen, weil wir hier auf www.tiertraining.com noch mehr Kurse kriegen werden. Und auch Platz 4, das sind jetzt als Gutschein über 70 Euro. Abzug und Abzug. Möchtest du mir eins? Ne, mach es mir Ringer, warte mal, lass es uns. Das gilt es nicht. Komm mal her. Einmal los. Stopp. Wer ist es? Wo ist es? Klebe sind hier, mach es nicht. Nimm mal. Nimm mal. Nimm mal. Nimm mal. Nimm mal. Nimm mal. Mach mal 70. Kannst du mal eins da rausholen? Hol mal eins da raus. Trink mal eins. Eins. Dankeschön. Jetzt das war's. Alles einfach mit diesen Glücksfegen hier. Also, 70 Euro hat gefunden die Sandra Graf. So, der Ringer geht jetzt noch hopp aufs Sofa. Komm, warte. Gibst du mir noch eins? Dankeschön. 60 Euro Gutschein. Warte. Lass uns das erst aufschreiben. Ein 60 Euro Gutschein geht an Natascha George. So, jetzt mal Muffin dran. Muffin. Nimmst du eins? Bring mal eins. Bring mir mal eins. Eins. Muffin. Gib mal hoch. Danke schön. Super. So, jetzt geht's um. 45 Euro. Nee, ich kriegst das verliegen. Der Ringer? Du solltest aufs Sofa. Nee. Aufs Sofa. Aufs Sofa. Abmarsch. 50 Euro gehen an Monika Richter. Herzlichen Glückwunsch. Also nicht 50 Euro, aber ein Gutschein. Da müsstest du noch mal eins ziehen. Eins raus. Gib mir mal eins. Gib mir mal eins. Danke schön. Warte. Jetzt geht's um einen 40 Euro Gutschein. Das ist schon Platz 7. Platz 7 geht an Julia. Ja, da hab ich mit Julia unterschrieben und die E-Mail Adresse war Stefan Richter. Keine Ahnung. So, jetzt kommt Platz 8 mit 30 Euro. Muffin, machst du noch mal eins ziehen? Bring mir mal eins. Gib mir mal eins. Danke schön. Super. Ja. Ey, da ist was in mir hin, ne? Ähm. 30 Euro Gutschein geht an Judith Schillow. So. So. Einmal was mischen. Jetzt geht es um Platz 9. Das ist noch ein 20 Euro Gutschein. Dankeschön. Und der gilt an Jana Jakob. Oh, der aller allerletzte. Flöchen, möchtest du das mal probieren, ob du das auch kannst? Jetzt. Joint? Komm her, Joint. Flöchen, komm her. Guck mal, kannst du einen rausnehmen? Hol dir mal eins. Das war das Flöchen. Hol dir mal eins. Na los, hol dir mal eins. Hol dir mal eins. Lass du mal das Flöchen. Hol dir mal eins. Ja, mach mal gut. Flöchen, hol dir mal eins. Nein, den Keks. Den Keks. Den Keks, den gibt es denn da her. Hier, guck mal. Mach eins zu mir. Bring mir mal eins. Ja, eins. Gib mir mal eins. Na los. Ja, eins. Du bringst's mal her. Ja, super. Bringst's mal her. Na los. Bring mal eins her. Na los. Ja, das ist so super gemacht. Sehr gut. Ja so, eine gute Glücksfee. Eine Glücksfee ohne Zähne. So. Die aller, 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 allerletzten 10 Euro Gutschein. Der geht an Beate Kerkeling. Ja, ich gratuliere allen Gewinnern ganz, 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 ganz herzlich. Und ja, ihr werdet alle per Mail informiert. Nö. Und ich möchte mich auch bedanken für das tolle Feedback, was ich auch für den Adventskalender bekommen habe. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß natürlich mit den Online-Produkten, die ihr euch dann dafür aussucht. Und wünsche euch auch weiterhin viel Spaß mit meinen Tipps, Tricks und Nachdenklichen. Und natürlich einen guten Rutsch in 2017 und ein tolles 2017 mit eurem Runden. Auf Wiedersehen. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.